Musik Einen wunderschönen guten Morgen aus Kusadasi in der Türkei, ihr Lieben. Ja, das Wetter spielt auf jeden Fall mit. Heute 24 Grad sollen es werden bei Strahlen blauem Himmel. Heute geht es für uns im Rahmen eines MSC-Ausflugs zu den antiken Ruinen von Ephesus und dazu wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich sage einfach, macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.